wo der arme und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen folge vom srs 12 auf dem schönen guten alten weißen teil da ihr abgestimmt hat dass wir den winterwanderweg bestehen sollen müssen wir jetzt mit unseren videos zum winterwanderweg und stellen da die schnee kann und ich habe jetzt schon mal so viel ich habe vier mobile schnee kann und gekauft als ob du dazu so dumm bist du mit diesen skidus fahren ja wenn es lag ja warum lag das auch schlecht internetleitung oder wie ja wahrscheinlich hallo geil geiler sound das sind skidus leute ich wette wenn ihr mehr vermesseres sehen wollt vergesst nicht zu wo bist du irgendwo rüsten dieser winterwanderweg hier rechts meine kanone schon mal hierhin wo bist du schon wieder als ob du ganz hoch fährst wir fangen unten an mit beschneiden du kannst circa auf höhe pistenbully deine kanone hinsetzen ja ich weiß nicht sollen wir fixe nehmen oder soll ja jetzt habe ich sie schon eingeschaltet hoch so viel arbeit wo also skidus fahren ist wirklich stressig oh gott da kommt ein gestörter entgegen hilfe 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 hallo oh mein gott was hast du mich gesehen nee so in der zwischenzeit in der die schnee können ein bisschen schneiden und so oh die schneit direkt ins gelände ich stelle noch eine schnee kanone um äh in der zwischenzeit werden wir jetzt einfach ganz chillig mal den sessellift in betrieb nehmen die elsenbodenbahn genau hoffentlich stürzt es heute nicht ab also ja brauchen wir das tun krass nicht abgestürzt weiche abzweig damit auch die sessel aus dem bahnhof kommen passt kannst du die ganzen sessel runterklappen so mit enden ich glaube ich fahr mal mit hoch und so So, wieder da. Schmadao noch hoch. Ja, du kannst nachher schon noch hochfahren. Das schaut so lustig aus, wie du da drin stehst. Ich glaube, ich platziere doch noch Fixikanonen, weil mit diesen wird das echt anstrengend. Ja, man muss halt immer umparken. Ja, ich habe Schneekononen bis ganz nach oben gesetzt. Ja. Soll ich sie mal einstellen und so? Bist du noch? Ja. Fährst du noch hoch? Ja. Ah, okay. Das dauert jetzt zwar auch ein bisschen, aber immerhin müssen wir die Kanänen. Sprachenlernen Double. Kennst du die Kanänen? Ja. Wir müssen sie immerhin nicht verstellen. Ja, man war mir auf dem... So, hier oben sind auch. Der Weg geht noch weiter. Ja. Ah. Okay, das wäre ja echt stressig gewesen mit vier Kanonen. Ja, definitiv. Viel zu stressig. Ich fange mal an zu präparieren. Oh, der arme Schie. Oh, der arme Schie. Oh, der arme Schie. Oh. Oh. Wo sind eigentlich unsere Bullis? Wow. Wow. Lol. Lol abgestürzt. Wann hast du die Speyer? Ich glaube, bevor ich runtergekommen bin. Alter. Ich glaube, wir schaffen keine Folge, meint ihr das Spiel nicht abgestürzt. Ja, okay, Leute. Sorry, dass es wie immer wieder mal abgestürzt ist. Vielleicht versuchen wir es mal auf einer anderen Map. Stimmt, das könnte auch an der Map liegen. Ja. Aber warum stürzt es immer so nach ca. 20, 25 Minuten Aufnahme ab? Ja. Egal. Das Spiel will halt, dass wir die Aufnahme beenden. Ja. Und darum solltet ihr jetzt abonnieren. Tschüss. Macht Sinn. Macht Sinn. Ja. Tschüss. Okay. Ciao.